ja ich spiele mongos übriger als freundliche ich auch musste ich noch wo musst du dich denn abmelden und das track ready immer mal in navigation gut noch ist keiner reporten finde ich vielleicht ok vielleicht auch nicht weißt du schon ok da kommt mit finden ich habe reporter red oh mein gott wie sollst du die reporter blue ich ja der lacht direkt neben dir luist habe ich nicht gesehen ich habe doch noch gemacht und dann also wenn wir als menschen gemacht wenn wir aus der richtung entgegen kam war finn ja ich kam aber gerade von lower engines da bin ich auch noch entgegengekommen sagen wir haben ihn mehr danach ausseiten von atmen kommt tatsächlich nicht ich bin ich bin bei den atmen begegnet atmen wo ich ganz am anfang da war aber das habe ich gerade nicht mitbekommen hat man ja kommt in atmen ok ja ich bin finn erst vor kurzem noch upper engine begegnet also ich bin in atmen rein weil ich mittlerweile ich habe keinen download gemacht und ich bin in atmen rein wollte den simulator machen und habe da halt stehen sind an dem download dingen und habe dann den report button aufleuchten sehen ich meine sehen zu haben admin war ich auf jeden fall ganz am anfang da war aber auch noch irgendwer mit mir dabei ich kann nicht mehr sagen wer es war ich bin direkt untergelaufen um die karte durchzuziehen und von daraus bin ich dann zwar rüber nach electrical hat eine task gemacht mit danach nach upper engines da kam mir dann geo entgegen und wir dann über lower engines runter das ding richten und wollte jetzt gerade wieder rüber nach navigation also ihr könnt mich gerne verfolgen beziehungsweise beobachten aber ich bin es nicht wird mal finn im auge behalten ganz gern aber er ist ja auch tot also ich weiß nicht wenig gefunden habe ja empfinde da wo das licht aus war wo bist du danach hin wo das licht aus war du warst ein elektrik mit mir sind weiter hoch wenn er dann runde zum lichtmacher gegangen wo bist du dann unten raus oder wenn ich dann bin ich unten raus und dann bin ich nach upper engines ich bin ich bin ein ding vorbei gerannt sagt muss ich bin ein elektrik vorbei gerannt also ich habe das auch schon ausgekommen elektrik links okay der wird das licht schon machen und er spielt mir hoch auf jeden fall aber das mal gewartet für mir ist aber sie wenn wir jetzt einfach raus wurden zwei imposter damit wird niemand raus die baut nur lu jede runde das ist halt das ist halt ich bin ich enttäuscht danke ich habe im web ist noch ein download ich weiß es also ich habe tatsächlich ein sas auf finn lu war auch von mir ein sas nachdem ich äh ich bin es ist aha darf ich reden ich habe reportet es ist 100 prozent finn ja habe ich das vorher schon gesagt o2 ist äh bei 8 sekunden er läuft von der o2 weg ich lauf da hin da liegt einmal auf einmal mikado also 100 prozent finn habe ich aber vorher schon gesagt oder warte mal also der alarm woher kamst du woher kamst du als du äh cafeteria ah ne ok sonst hätte er reportet und es ist 100 prozent pass auf der alarm ging an ich habe finn da stehen sehen an dem panel da habe mir gedacht okay da steht ja schon einer ich gehe jetzt richtung admin da war ich und ja ja genau du kannst mir dann aus admin entgegen und finden hätte die ganze zeit das ding ausmachen können ich sag da jetzt einfach nichts zu finden hat einfach also einfach los am passen ja doch nun würde das auch machen das würde ich ja 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 wer ist der zweite das ist 100 prozentig finn Nötige zu. Nötige zu. Ah, ich weiß nicht. Ich habe auf Marco auch einen Tast. Die Tür ist gerade wieder aufgegangen. Weil ich auch mit reingelaufen wäre, um den Verdacht auf mich zu lenken. Oder auf mich. Ja. Ja. Das habe ich dann gemacht. Dann ist das ausgegangen. Ich war gerade sowieso auf dem Weg nach Electrical, weil ich da zwei Tasks habe. Ja. Da bin ich wieder noch hinterhergelaufen. Ich bin ja Richtung Lower Engine dann. Ja, genau. Und als ich da... Es war ja Reaktor, da waren wir ja zu viert. Genau. Dann ging ja da die Türe zu. Da stand Ari, stand ja auf der anderen Seite. Hm? Wir drei waren ja drinnen. Mhm. Dann ging ja... Security zu? Genau. Dann ging ja Lichtausglaub. Nee, erst ging noch dieser Zwischengang zu. Also Lower and Upper Engine die Tür. Die ging noch zu. Das war vor dem Licht. Das war vor dem Licht. Genau. Und als die Tür wieder auf war, da ging Licht. Genau. Und danach ging Cafeteria gerade zu. Das weiß ich nicht. Doch, weil ich wollte gerade rein, dann ist da Zugang. Okay. Okay. Ja, das kann ja sein. Ich bin dann in Richtung Electrical, hab Hoffi rein rein sehen. Ja, okay, der wird das Licht schon machen. Dann mache ich meine Tasks gehen Lower Engine halt. Brauchst du das Self-Report oder nicht? Und dann bin ich ja wieder zurück Richtung, äh, äh, Richtung Storage, um den, dass ich meinen Tank wieder auffüllen kann und bin dann halt, äh, und hab da dann Ari liegen sehen. Mhm. Und die Türe Electrical war halt zu. Mega, Hoffi. Ja, GG, hat er im Postal gewonnen. Ja! Ja! Hallo! Hallo! Tio, Mann! Was wurde im Double Kill los? Ich hab so auf dich gehofft. Ey, ich komm nicht. Oh, wer hat denn da so ein Hitze? Du! Was ist denn jetzt los? Ja, wo ist das Mike? Leute, ich bin einfach... Du, das ist von... Du, das ist von... Du, das ist von... Du bist übrigens am Rauschen. Du knisterst uns an. Hallo? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Let's go. Ich finde das noch heraus. 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 Eines Tages. Entschuldigung. Shit. Ich will einfach ein Poster sein. Oh, mein Mensch. Oh, unfair. Okay, erstmal die Blätter. Lol. Navigation eine. Schön, dass wir hier mit drei Leuten sind. Alter. Ab hinter. Danke. Hier rein. Nein, klasse. Wann ist es? Wann ist es? Ne, eine Quest. Was? Hin. Oh Gott. Bin ich echt abgemurkstet. Okay, da kommt mir Michael entgegen. Da kommt mir Michael entgegen. Richtig gemein. Mit Bay muss ich was machen. Das ist übel gemein. Er hat Reporterit. Ich weiß nicht. Buddy liegt in Electrical. Ich habe gerade zu dritt in Electrical reingerannt und alle von Admin gekommen. Okay, lol. Das letzte Mal habe ich Micha gesehen, als er mir von Reaktor entgegenkam. Ich bin gerade Richtung Upper Engine gelaufen. Ich habe Michi die Runde, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Er war doch wohl eher so Upper Engine, Lower Engine auf der linken Seite von der Map. Ja, ja, genau. Und ich bin gerade Richtung Upper Engine unterwegs gewesen, weil ich die Benzin-Quest machen wollte. Und da kam er mir entgegen. Richtung nach uns. Was? Äh, Ganggeber und der Tote. Ah, okay. Ja gut, ich war nur Auto Navigations und Storage dann. Und Admin. Ich glaube, das steht nicht mehr. Ich habe die Astroide abgeschossen. Und dann bin ich runter. Ich bin dann runter zu Shields, da müsste mich Ari gesehen haben. Und dann bin ich mit Mika in Electrical rein. Ich bin gerade mit Mika und mit, äh, L bin ich gerade Electrical. Ich war der Dritte von denen. Bin gerade in Electrical. Ich bin von Admin gekommen. Da standen, glaube ich, auch Ronja und Mika. Und dann bin ich gerade da. Also, das Einzige, was ich noch sagen kann, als ich war in Electrical drin, habe die Regler-Quest gemacht. Also, wo du den Regler hochschieben musst. Ja. Ähm, war auch tatsächlich meine einzige Quest in Electrical. Bin raus. Da kam mir Lou entgegen. Die ist reingelaufen. Und dann bin ich, wie gesagt, Richtung Upper Engine. Und da ist mir dann der Micha entgegengekommen. Und die hält gerade so gut die Fresse, die Lou. Ja. Lou das. Aha. Du bist auch muted. Ich, ich cover jetzt mal Lou. Ich lenke mal von der Sache ab. Ich war in Abmänner. Ich war in Abmänner und habe meine Karte durchgezogen. Und ich habe es beim ersten Mal geschafft. Oha. Oha. So ist Täti-Zwein. Also, ich hatte zwei Dinge und bin dann auch wieder rausgegangen. Und dann, äh, zwischendurch hast du noch den Micha. Leute, ich werde es geben. Ja. Und wo hat es eine Sohn-Totung? Wie sagt das, Ronja? Mika, ich war in Mad Bay. Ja, du warst auch noch 7. Hauptsache, Ronja wurde nicht selber. Nein, ich habe mich nicht selber gewohnt. Ich habe gespielt. Ja, du hast gehört, du warst in Mad Bay. Ja. Lüge. Ja, das kann ich bestätigen. Da geht's. Ah, das war's. Alter. Ist doch nicht. Kashi, sie spielen nicht. Danke. Alter, eine gefühlte halbe Stunde, wo ich hier durchziehen muss, oder was? Richtig peinlich, ey. Schauen wir mal, was hier so geht. Ohne Scheiß. Das kotzt mich voll an. Muss ich denn jetzt nur hin. Komms, den Download machen. Okay, Lichtkörner, alles klar. Ey, das Spiel verarscht mich doch. Ey, ohne Scheiß. Also Leute, da muss ich den Upload machen. Ich muss noch zwei in Navig... Ich hab gedacht, der hätte gerade einen Kill gemacht. Also weiß ich nicht. Noch eine Quest. Ronja, hallo Ronja. Ohne, die mach ich jetzt fertig. Yes! Ich bin ganz sicher. Judias, das sind eher ganz schön. charged mei, verdammelt mit einem welch sie da kennengelernt sind.